Hier riecht es aber auch komisch. Die wilden Sechtschach. Ob das jetzt welche waren, die hier mal gewohnt haben? Ein Postfahrrad. Und überall diese Bibeln. Und diese coolen, ey, diese richtig coolen Stühle da hinten. Die sind geil. Oh, krass. Das ist ein übelstes Gewölbe. Wie so ein Tunnelsystem oder was? Oh, es geht hier nun weiter. Hier geht es weiter runter. Freunde, wir befinden uns heute bei dem heutigen Video in einem ehemaligen Weithotel. Waldpension. Waldpension Hotel. Wir sehen, dass hier viel von der Jugend schon gemacht wurde, dass sie sich hier breit gemacht haben. Aber wir gucken uns das trotzdem an. Viel Spaß beim Video. Bleibt ganz fort spannend. Bis gleich. Wir fangen auch direkt in der Gaststube an. Und wir sehen hier, da oben steht noch eine Kaffeemaschine. Hier ist eine Durchreiche gewesen früher. Ich schickte mal, dass da drüben auch der Eingang war. Die Bilder sind teilweise ja noch Kaffeekännchen und sowas. Das ist das, was ich vorhin gemeint habe mit der Jugend. Also, das sieht auf jeden Fall so aus, wenn die sich die Sofas hierher gepackt haben und haben hier dann abgeschillt. Hier sind noch ein paar Kunstblumen. Hallo, kleiner Bär. Guck mal, hallo, kleiner Bär. Hier bin ich mein Stich, mein Häschen. Hallo, mein Bärchen. Ach, guck mal, hier könnte man auch ein kleines mit der IT-Karte zahlen. Warum sind wir hier nicht rein? Weil hier offen ist. Wir gehen noch mal in die Zimmer nachher, wenn wir die untere Etage fertig haben. Oh, Kärle, super. Das ist ja ein cooler Keller-Eingang, oder? Der sieht ja krass aus. Oh, der sieht krass aus. Machen wir das mal zum Schluss, oder? Ich glaube, es ist nur ein Raum. Na, wir müssen trotzdem auch immer gehen. Gewölfel-Kerle auf jeden Fall. Hier ist die große Halle. Ich denke, hier wird es Essen gewesen sein. In dieser Gaststube. Das ist die Küche von den Hoteln. Die Werse, ich sage, das sieht man noch. Das ist ein alter Mixer hier, ne? Ja, schau mal. Ja, ein alter Mixer. Und das ist aber, was ist das? Rosenkaviar. Oh, da gab es sogar Kaviar. Oh, es war in das Sättchen sicher. Ich dachte, das Ding wäre eigentlich noch ein Schuss. Aber die Decke ist ja komplett hier unten. Krass. Das Problem ist nur, dass man, wenn man hier was anfasst, gibt es hier einen Effekt. Man liegt hier alles unten, wach? Nein, also diesen Bereich werden wir meiden. Wir werden mal nach oben gucken, denke ich mal. Aber mit allergrößter Vorsicht. So, ich weiß auch gar nicht, wo Christian jetzt lang geht. Da wird bestimmt mal hier die Treppe hoch jetzt. Über die Küche quasi, oder? Was ist die? Wie ist das von dem Hotel? Schnitt? Tischtennis-Clubraum. Tischtennis-Clubraum gibt es hier. Hier ist noch eine Gefriertruhe. Hier riecht es aber auch komisch. Hier kann man auch mal sehen, was es hier so gab. In D-Marktzeiten gab es das noch. Ja, das sieht man noch. Es gab Fischstäbchen, Pumorisch-Schnitzel, hier hinten ein Stück, da sind nur noch D-Marktzeiten hier. Das waren doch Preise, oder? Hier sind noch CDs, die wilden Sechtschach, Druckerpatronen und so weiter. Okay. Das sieht aber alles so, guck mal hier. Bader 75 Jahre. Sieht auch so alt aus, ne? Ja, das wollte ich euch zeigen, so eine Speisekarte, aber das ist leider nur so ein leeres Teil. Ob das jetzt welche waren, die hier mal gewohnt haben, aber das wäre noch nicht schön alt. Da ist ein kleines Lager noch, mit Zeug von den Hotelgaststätten. Rechnungsbelege 2002 und 1999. So. Gibt es da irgendwie mal noch? Aber wann ist denn das nur immer? Diese alten Zeitungen 2003, 2004. Okay. Ja. Hier hätten wir aber auch hingekonnt. Hier, guck mal. Ich sehe das schon. So, jetzt vorsichtig hoch und du gehst vor. Und ich warte, bis du oben bist. Nicht, wenn hier alles runter bricht. Bewegt sich aber nicht die Treppe oder so. Also es sieht gut aus. Okay, was haben wir hier? Ein Postfahrrad. Auch nicht schlecht. Und Werkzeug. Und ich habe ja das Gefühl, dass hier alles schief ist. Ja, ich auch. Aber extrem, ne? Deswegen immer schön an der Seite irgendwie. Das schöne Postfahrrad. Okay. Hier ist noch ein Bett auseinandergeklappt. Oh, was ist das? Es sieht aus wie so ein so Drehanzug. Das verstehe ich nicht. Traust du dich da rein? Und dann guck doch mal da. Mit Beinen. Stellen wir uns jetzt mal auf die Schwelle. Hier haben wir Raum mit diesen Stühlen da. Hier ist noch ein Schreibtisch mit diversen Zeug. Hier sind noch CTs ohne Ende und die gelben Briefe. Die bedeuten immer nie was Gutes. Hier hängt auch noch so eine Jacke. Oh, das biegt sich hier, Alter. Guckt euch das an. Gefährlich. Gefährlich. Ja, ich glaube, das war so. Da hinten. Siehst du das? Da ganz da hinten, gell? Da fühlt man sich wirklich nicht gut hier bei den Wellen, oder? Das wird schon so sein, dass hier irgendwelche Obdachlosen mal waren früher und hier gewohnt haben quasi. Hier hängt ja noch eine Hose, Schuhe und Pullover. Gessen hat sich ernsthaft getraut, bis darin zu laufen. Mich verreckt. Also ist schon wirklich nicht weiß, wie das nun ist mit der Statik hier. Hier sind wir Bilder an der Wand. Und eine Wickelkommode für Kinder sieht es so aus da hinten. Mit einem übeis coolen Radio hinten dran. Da seht ihr das. Mit Uhrzeit und Radio halt mit Bett. Cool. Sieht man jetzt auch nicht mehr so häufig, weil es nicht mehr modern ist. Und überall diese Bibeln und diese coolen, ey, diese richtig coolen Stühle da hinten. Die sind geil. Du bist ja der Bauauftrags-Experte. Nicht ich. Fühlt sich eigentlich ganz gut aus. Sieht gut aus, ja? Ja, der fühlt sich gut aus. Okay, da gehen wir mal langsam in den Dachboden oder auf den Dachboden. Aber hier müssen wir dann aufkommen, wie ist die Decke schon durchgemacht, ja? Ja, die hat sich ja übelst. Oh, was ist das? Das sieht aus, wenn die das da hingestellt haben, da hinten, damit es die Decke hält. Das gibt es noch nicht. Das muss ich euch zeigen, wenn wir da hinlaufen. Hier ist noch ein Zimmer. Stuttgart. Wir kennen alles außer Hochdeutsch. Die Hocker halten die Decke, Alter. Das ist das, was ich dir gerade gesagt habe. Diese Hocker halten die Decke. Ich kann euch das mal zeigen. Zeig mal. Da. Seht ihr das? Die Hocker halten die Decke. Da. Hier ist die Kopfanschlagskante. Hier waren wir jetzt in der Mitte. Aber schnell wieder runter. Ich fühle mich ja nicht wohl. Ey, siehst du dieses Riesen-Fieder? Mach's tot. Das ist mit Abstehraum. Siehst du, um nicht zu schluss. Ich sehe schon die Bank. Da. Da ist nichts. Okay, ist nur ein Raum. Geh nicht rein. Das ist Riesen-Fiedergesehen. Das ist die Durchreiche von vorhin, die wir gesehen haben. Aber hier ist es wieder sicher, oder? Hier ist safe. Hier ist safe. Okay. Sind wir da unten. Sind wir da unten? Wir gehen wir trotzdem noch mal hier rein. Schau mal. Und wieder hier raus. Ja. Die Jugend mit ihrer Kunst. Was haben wir denn hier? Stefanie Heinzmann. Wenn die wüsste, dass das hier einfach so rumliegt. Ja, das ist das der Lippon von der Rezeption. Genau. Das ist ja uns richtig. Weil hier siehst du nämlich auch das. Die Zimmer, wo die durchklickern konnten. Die Lampe ist auch ganz cool. War sicherlich mal ein geiles Hotel, sage ich mal. Aber hier liegen noch so Fahrradteile rum. So, Leute. Wir haben jetzt noch die Garage gefunden. Was gibt es nicht? Angebot 16 Mark 50. Jäger-Rohleute. Pfifferling, Apfel. Oh, geil. Tünger-Rot-Rot-Klöße hier. Ach, Mensch. Rot-Kraut. Mit Thüringen-Glößen hätte ich jetzt auch Bock drauf. Freunde, das ist auf jeden Fall die Garage hier. Und hier sehen wir auch. Wurstig viel Zeug. Von Schlitten bis alles eigentlich. Reifen, Kühlschränke, Tische. Was man halt so braucht. Oder was man so findet. Was man so sieht. Und Rot-Klöße. Und Rot-Klöße. Rot-Klöße mit Thüringer Sauerkraut. Kato-Klöße. Also nochmal für euch, damit es nicht so lustig ist. Und es ist schon lustig. Jäger-Rolade mit Pfifferling, Apfel-Rot-Kraut und Thüringer-Klößen. Du Spinner. Und Rot-Klöße. Und Rot-Klöße. Eine schöne Portion Rot-Klöße. Idiot. Oh, was. Oh, Decke. Ja, aber das ist noch mal ein anderes Gebäude. Wo wir nicht waren. Ich gehe mal kurz hier runter. Ganz kurz noch. Prospekte ohne Ende. Cool. Hier ist es aber auch sehr, sehr kalt und es fühlt sich sehr nass an. Guck mal, die haben so Eistee-Rollen, als ob die das hier produziert haben. Hier wird einschwindelig drin. Das heißt, wir gehen gleich wieder raus. Beziehungsweise könnten wir mal gucken. Können wir mal probieren. Was die Treppen sagen. Ich mache es. Sieht gar nicht so schlecht aus. Nö. Das ist ja noch das quasi nicht zum Hotel dazu, sondern das Wohnhaus. Oder ist es das Hotel? Oder ist es das Hotel? Oder haben wir Bauarbeiter gelebt? Ja, hier noch ein paar geile Sachen drin. Also ein paar Böderchen noch an der Wand. Aber es sieht hier schon aus, dass wenn hier jemand was gemacht hat. Ein Fitnessgerät. WCB ist abgerissen worden. Also hat er angefangen, vielleicht jemanden zu sanieren oder wollte sanieren und dann hat sich das eigentlich schon erledigt. Warte, die Treppe sieht gut aus hier. Aber hier müssen wir jetzt schon wieder ein bisschen gucken. Ich denke mal, das war die Zimmer für Bauarbeiter oder sowas. Von der Hausmeisterwohnung. Ja, war eine Riesenwohnung. Eine Riesenhausmeisterwohnung. Da liegen aber auch Videokassetten rum von Köchen. Also Kochvideos liegen da rum, viele. Vielleicht haben hier das Personal gewohnt. Die hier gearbeitet haben. Wenn wir nicht in den Keller gegangen sind, gehen wir mal in den Keller. So. Schlitten. Das sind auch solche Langschlitten. Ist noch viele Schlitten hier. Boah, guck mal. Das ist auch ein kleiner Keller. Sattanlage. Und eine alte, eklige, hässliche Matratze, die wirklich eklig ist. Und David Hesselhoff liegt auch auf dem Boden rum. Okay. Wir gehen aber jetzt wieder hier raus. Ist mir nichts. So, Christian, du bist draußen. Ich geh' unterher. Dann gehen wir jetzt langsam wieder hier vor. Weil. Oh, hier. Soll ich jetzt mal zeigen, warum man nachts kein Losspläser alleine machen soll? Oder mit Scheiß-Taschen? Einfach nicht nur nicht loslatschen. Da. Wenn man hier reinfällt, dann tut's auf jeden Fall weh. Schau mal. Auch hier rein. Boah, ist jetzt hier drin gefeucht. Oh, krass. Das ist ein übelstes Gewölbe. Das hab' ich jetzt nicht erwartet. Freunde, schaut euch das an. Hier ist es echt ein krasses Gewölbe. Also, du hast hier auf jeden Fall eine Leiter. Also, hier sind schon Leute runter. Und das ganze Ding ist unterkellert hier. Was sagst du, wollen wir mal runter? Nee, ich schlässer mal runter. Schon. Das ist auf jeden Fall hell. Und hier, hier steht auch noch so ein Stativ mit einer Lampe dran. Warum auch immer. Aber, wenn ich mir jetzt überlegt, dass das ganze Haus über mir ist. Und das ist aber auch hoch. Hier geht's wieder hoch. Also, ich denke mal, vielleicht sind wir hier. Nee, hier geht's raus. Hier geht's wieder raus. Ist schon echt beeindruckend, wie hoch das ist hier drin. Irre. Das wird, ja, hier werden sie auch vielleicht ein Papierfässer noch gelagert haben. Es bietet sich natürlich an mit der Kälte und so, gell. Aber, hier hinten. Oh, es geht hier weiter. Hier geht's weiter runter. Ja, was komisch ist, dass das hier aufgebägt ist. Hier geht's aber weiter runter. Wie so ein Tunnelsystem oder was. Warte mal, ich setze mich mal hin. Und leuchte mal hier rüber. Komm mal mit. Wo ist das das? Aber, seht euch das an. Da hinten. Du hast ja nicht stehen, du siehst hier richtig ein. Das ist alles. Hier geht's irgendwie Rinder, aber wie weit, weiß ich nicht. Ich komme über Kaule. Guck mal. Pass auf, das ist eben das hier drin. Das geht noch bis zur Rinder. Das fängt aus, oder? Ja, weiß ich eben nicht, ob es dann weitergeht. Aber das ist schon komisch, dass das hier ist, ne? Gibt es mal die Kamera, wenn ich hier hochkratze? Das sieht alles sehr komisch aus hier irgendwie. Das sieht aus wie aufgebäckert hier. Ach, ob das noch nie so war, oder was? Ja, guck mal hier. Das sieht irgendwie so aufgebäckert aus hier. Das kann natürlich sein. Aber ich glaube nicht, dass es hier weitergeht. Guck mal, du siehst das hier. Das ist so rund hier. Das ist komisch. Ja. Ja, gut, wir gehen auf jeden Fall wieder hoch. Das hätten wir jetzt nicht gesehen. Wären wir nochmal zurück. Das ist schon ein mysteriöses Hotel, oder? Das ist komisch, wenn wir diesen Keller. Aber echt ein Riesenkeller. Jetzt nicht unbedingt ein kleiner. Hier sind aber auch wieder O2 im Hotel, das heißt, Bierdeckel. Hier gehen wir mal die Treppe runter, da ist ja die Treppe. Ach, da kommen wir wieder da hoch, weiß ich. Okay, okay. Wir gehen aber jetzt da raus wieder. Okay. Das Hotel hat schon zugemacht. Also ja, wenn du die alten Hübel ziehst, denke ich mal. Also ist nicht mehr auf den Stand gewesen. Ist nicht mehr auf den Stand gewesen, deswegen haben die es bestimmt geschlossen. Das kann sein, natürlich. Das ist wirklich fester ausgeblieben, weil es runter auf den Stand war. Weil die Konkurrenz zu groß war und die zu teuer. Und die Konkurrenz war sicherlich billiger. Genau, mit diesen Worten würden wir das Video beenden, Freunde. Wenn es euch gefallen hat, schreibt gerne was Nettes in die Kommentare. Ihr könnt auch eure Meinung in die Kommentare schreiben, natürlich. Und... Ihr könnt auch ein Abo stellen. Guck mal, da liegt das Fahrrad, die Felge von dem Postfahrrad. Waren wir da hinten? Ja. Okay. Ihr könnt auch gerne ein Abo hinterlassen. Ja, gerne. Ihr könnt auch gerne ein Abo hinterlassen. Ja, gerne. Und ganz wichtig für alle, abonniert die Glocke, sonst kriegt ihr keine Benachrichtigung. Und das ist auch ganz wichtig, wenn ihr uns wirklich weiter verfolgen wollt. Macht das. Und wir sagen bis dahin. Auf morgen. Bis wiedersehen. Servus. 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 Servus.